Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Also ich mache meine Präsentation jetzt seit, sagen wir mal fünf Jahren ungefähr, mit Remark heißt dieses Programm. Oder vielmehr ein Programm ist es ja eigentlich gar nicht. Das ist letztendlich ein JavaScript, was man auf dem Webserver draufschmeißt oder eben was auch lokal läuft. Und da kann ich eben meine Präsentation mitmachen. Dann habe ich diese Präsentation, das was ihr gerade seht, eben auch in Remark gemacht. Also eine Präsentation mit Remark, über Remark und da ein bisschen dazu, was ist das Ganze? Also es ist letztendlich ein JavaScript, was ich in HTML einbinde und in diesem HTML-Text schreibe ich mit Markdown Formatierung, die ihr wahrscheinlich von irgendwelchen anderen Tools hier kennt, zum Beispiel von GitHub oder sonst irgendwas. Da in dieser Notation beschreibe ich, was auf meinen einzelnen Folien drauf sein soll. Dann kann ich zum Formatieren, also sowas wie Fettdruck oder Kursiv oder Fettunkursiv mit Sternchen zum Beispiel machen, als Markdown oder ich kann eben auch HTML-Text verwenden. Ich kann das auch miteinander vermischen, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Dann habe ich die Möglichkeit, dieses, ja also wie das aussehen soll, über CSS anzupassen. Also das, was ich hier drin habe, das ist jetzt nicht dieses Remark, was so aus der Tüte fällt. Das habe ich ein bisschen angepasst an meine eigene Webseite und ich kann das Ganze eben lokal als Datei einfach speichern. Also diese CSS-Datei, die ich vielleicht habe, mein Remark, JavaScript und eben auch diese HTML-Seite, wo das Ganze drin ist, kann ich lokal ablegen, mit einem lokalen Browser öffnen oder ich kann es eben auch zur Verfügung stellen über den Webserver. So wie ich das eben mit den Folien mache, die ich in meinen Videos bei Nicht-der-Weisheit letzter Schluss zeige, da blende ich mir so ein Fenster hier über OBS ein, über den, was ist das, also da ist direkt so ein Browser-Plug-in drin und kann ich mir das da in mein Video-Setup so reinziehen und ich kann das gleichzeitig auch noch nehmen und veröffentlichen über meinen Webserver so, dass ihr es angucken könnt. Remark steht unter der MIT-Lizenz, also ihr könnt das für kommerzielle Sachen einsetzen, ihr könnt das anpassen, wie ihr wollt, ohne dass er da irgendwie eingeschränkt wird. Dann ein paar Informationen, wo kriegt man es eigentlich her? Es gibt mehr oder weniger zwei Varianten davon, die sich eigentlich nicht wirklich unterscheiden. Also es gibt einmal hier dieses Remark.js.com, da ist auch so eine Präsentation drauf, wie das Ganze funktioniert, auch mit dem Formatieren und wie man das halt so macht, mit Beispielen bei, dann könnt ihr den Quelltext entweder von dem Git repo runterladen oder von dem unterscheidet sich in so ein paar Details oder die fertig zusammengebaute JavaScript-Datei, die ihr nachher einbindet, bekommt ihr von da oder wenn ihr das Ganze um Plugins noch erweitern wollt, dann gibt es hier noch eine Möglichkeit dazu. Mache ich allerdings nicht. Wenn ich jetzt eine neue HTML-Seite mache, habe ich so ein Grundgerüst, wo denn einfach drin steht, ja, wie heißt jetzt diese Präsentation? Da steht dann oben in dem Header drin bei eurem, ja, Firefox oder Chromium irgendwas. Da steht dann im Titel drin, dann wird hier mein eigenes CSS eingebunden. Müsst ihr ja nicht machen, wenn ihr das so haben wollt, wie es da schon drin ist. Und dann gibt es hier so einen Bereich, der sich Text-Area nennt. Also da, wo diese drei Punkte sind, da beschreibe ich mit Markdown eben meine einzelnen Folien. Am Ende wird dann das JavaScript von Remark mit eingebunden, sodass es interpretiert wird. Und dann, ja, wandelt der Browser diese ganzen Markdown-Sachen um, sodass es letztendlich ein HTML ist, damit das auch so eingezeigt werden kann. Und hier unten ist dann noch was mit, ja, dass diese JavaScript-Funktionen, die ja drin sind, auch aufgerufen werden. Also dieses ganze Schema hier, das könnt ihr eigentlich immer so gleich behalten. Wichtig ist denn halt mit den Punkten da, da kommt euer Inhalt rein. Dann habe ich hier mal Formatierungsbeispiele. Oben das Markdown. Wenn ich hier was kursiv machen will, dann kann ich das so machen. Einfach mit so einem Unterstrich, davor und danach. Oder ich kann das Sternchen nehmen. Fettdruck ist mit zwei Sternchen und Fett und kursiv ist mit dreien. Also immer vorne und hinten. Immer gleiche Anzahl. Und dann kriege ich halt eben das da so raus. Listen kann ich halt so machen. Fange ich mit dem Sternchen am Anfang der Zeile an. Das ist denn die erste Ebene quasi. Und wenn ich da jetzt mit dem Tabulator oder mit Leerzeichen das einrücke, dann Sternchen mache, das ist die zweite Ebene, wieder ein bisschen einrücken, dann habe ich die dritte Ebene. Das sieht dann nachher so aus. Dann kann ich auch Aufzählungen mit Nummerierung machen. Dann gebe ich da sowas vor mit 1 Punkt. Das ist mein erster Punkt. 2 Punkt. 2. Dann habe ich hier eine 2 Punkt nochmal stehen. Wäre hier eigentlich falsch. Dann zählt Remark aber trotzdem das einfach durch. Also das heißt jetzt nicht das zweite Mal 2 Punkt, sondern macht halt 3 raus. Ich sollte das in meinem Markdown allerdings so machen, dass die Zählung so richtig ist. Allein, dass der Quelltext mit dem, was nachher gerendert wird, übereinstimmt. Und genauso kann ich hier auch wieder Unterpunkte einführen, um Unterpunkte zu machen. CSS, da kann ich mir Dinge definieren. Für Bilder zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte ein IMG, also so ein Image, ein Bild haben mit 20 Prozent von der Bildschirmbreite. Und das Ganze möchte ich, dass es auf die rechte Seite rüber fließt. Also dieses Float Right, da kann ich mir jetzt auch machen, hier 33 Prozent, würde ich hier dann auch nochmal 33 hinschreiben. Oder ich kann auch sagen, dass der Abstand zu anderen Elementen nach links eben zwei Zeichen sein soll. Und sowas kann ich da über CSS nochmal machen. Wenn ich jetzt in meinem Markdown das verwenden möchte, dann benutze ich wiederum diese Klasse, diese CSS-Klasse und über Ausrufungszeichen, eckige Klammer auf, Klasse, wieder zu, runde Klammer auf und dann, wie das Bild heißt, was ich da anzeigen möchte. Ich habe jetzt zweimal dasselbe Bild, was ich schon vorher drin hatte, einmal mit den 20 Prozent nach rechts geschoben, das ist denn das hier, und mit 33 Prozent nach links und dann sieht das halt so aus. Dann als nächstes Überschriften, ja, mit Rauten davor, ja, erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, groß, mittel, klein. Das kann ich eben auch über CSS überschreiben, wie ich das haben möchte. Und ich kann eben auch Links machen, da habe ich die Möglichkeit, die einfach direkt reinzuschreiben. Dann steht auch exakt dasselbe, wird zum Link umgewandelt. Oder wenn ich jetzt hier mit einer anderen Beschriftung haben möchte für meinen Link, dann mache ich das mit HTML hier. Also A, H, H, Ref, wohin das zeigen soll, die Beschriftung danach und wieder zu. Geht vielleicht auch irgendwie anders, keine Ahnung. So weiß ich das aus dem Kopf, wie es funktioniert, anders hätte ich es nachschlagen müssen. Und damit mache ich dann Links in meine Folien rein. Dann, wie bringe ich dem Ganzen überhaupt bei, was eine einzelne Folie ist. Also ich beginne normalerweise mit einer Überschrift. Dann schreibe ich da irgendwas hin, habe vielleicht so eine Aufzählung hier, das und jenes. Und über diese drei Minuszeichen sage ich, dort ist eine Folie zu Ende. Und danach kann ich auch noch verschiedene andere Sachen definieren über diese verschiedenen Klassen. Ich kann auch sagen, ich habe so eine Startfolie, so wie ich hier am Anfang hatte, sowas da. Das hat eine extra Klasse hier in Remark. Also Center, dass das alles zentriert wird und irgendwie auch noch mittig gemacht wird. Da schreibe ich dann quasi dasselbe auch nochmal hin. Da arbeite ich dann bewusst mit diesen Überschriften hier. Mit Mittel, ganz groß, kleiner und ganz klein. Und dann sage ich wieder hier drei Minusze und dann ist meine Startfolie halt zu Ende. Dann eine andere praktische Sache ist die Syntaxer-Vorhebung. Die ist einfach direkt mit drin. Da kann ich mit verschiedenen Programmiersprachen, da kann ich HTML und PHP mir anzeigen lassen. Ich kann da Bash hinschreiben und sonst was. Und dann habe ich hier drin meinen Quelltext, den ich dann irgendwie zeigen will. Und ja, dann rendert er mir das so ein bisschen farbig an die Stelle hin. Die meisten von meinen Folien mache ich in 4 zu 3 für meine ganzen Videos. Das hat den Grund, dass die Folie immer links von mir ist und ich sitze rechts daneben und da ist auch noch so eine Einblendung hin. Das passt eigentlich immer ganz gut. Für die Tux-Tage habe ich das auch gemacht. Da gab es mich halt nicht als Videobild mit dazu. Dann kann man eben auch was anderes nehmen. Da habe ich das dann auf 16 zu 9 umgestellt. Und das kann man eben machen, wie man will. Aber 4 zu 3 ist erstmal das Standard dabei. Abonniert meinen Kanal. Da gibt es noch viel mehr Krempel, was ich sonst so mache. Hier beruflich und privat an Projekten aus dem Linux- und Open-Source-Bereich. Alles Mögliche. Da gibt es noch viel mehr Krempel. Da gibt es noch viel mehr Krempel. Da gibt es noch viel mehr Krempel. Da gibt es noch viel Krempel. Da gibt es noch viel Krempel. Untertitelung des ZDF, 2020